Auf die Eyebrows und das schnell und easy bekommt ihr jetzt mit einer Produktneuheit von Benefit. Und zwar ist es das neue Fluff Up Brow Wax. Das sorgt nämlich für fluffige, volle Augenbrauen. Es schenkt euch viel Struktur und flexiblen Halt. Und dabei ist es wasserfest und hält bis zu 12 Stunden. Oder mögt ihr lieber einen extremen Halt? Dann ist der 24-Hour Brow Setter was für euch. Der gehört zu meinen absoluten Favoriten und ist ein Bestseller. Mit dem Bürstchen kämm ich die Haare hoch und mit der flachen Seite drücke ich die Haare an meine Haut. So halten die Brauen wirklich den ganzen Tag. Und wofür entscheidet ihr euch? 24-Hour Brow Setter oder seid ihr Team?